Musik 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 In der heutigen Ausgabe von Österreich dreht am Rad sind wir zu Gast bei der KTM Fahrrad GmbH in Matighofen. Wir reden zum einen ein bisschen über die Räder und zum anderen natürlich auch über das Sportliche. Da gibt es eigene Rennteams. Matthias Krieg ist zuständig für Marketing. Jetzt gibt es zum Beispiel das Mountainbike, es gibt die Straße, die unterstützt wird, aber es gibt auch zum Beispiel ein E-Bike-Rennteam, ein professionelles. Ja genau, also die Renndisziplinen oder die Sparten im Rennsport sind sehr verschieden. Wir sind Vollsortimentshersteller, Vollsortimentsanbieter. Das heißt, wir haben generell in der Serie für jede Zielgruppe das passende Rad. Das ist uns sehr wichtig. Und deswegen ist es für uns eben auch sehr wichtig, dass wir die verschiedenen Rennsportdisziplinen unterstützen. Also wir haben für jede Rennsportdisziplin Teams, Fahrer, Testimonials. Und wie du gesagt hast, das E-Bike ist natürlich wichtig. Das ist der Motor, sage ich mal, für die gesamte Industrie. Vom E-Bike lebt die Branche zurzeit. Also nicht nur, aber es ist sehr verantwortlich, dass der Boom so stattgefunden hat. Und der E-Bike-Rennsport in dem Sinne natürlich auch wichtig. Und wir unterstützen ein Team, Miranda Factory Racing Team aus Portugal. Und die sind eben spezialisiert auf den E-Bike-Rennsport. Das ist eine eigene Rennserie mit speziellen Fähigkeiten, die es benötigt. Und natürlich auch spezielle Mechaniker, Techniker, Material. Und ist es schon in Zukunft so, dass das ein großer Teil des Rennsports sein wird? Wenn wir jetzt die Straße hernehmen, auch da hat sich ein bisschen was geändert. Denn viele der Top-Mannschaften auch, die setzen auch auf Gravel. Ja genau, also Gravel ist gewachsen die letzten Jahre. Ein Cyclocross-Bike gibt es ja schon ewig. Das ist eine der ältesten Radsportdisziplinen, also querfeldein. Aber das ganze Gravel-Thema, das kommt sehr gut an. Also die Leute, die lieben das. Das ist ein super Fahrgefühl. Und wir haben sehr viele Rennsport-Teams, vor allem Straßenteams auch, die eigene Leute einkaufen, die sich auf diese Disziplin spezialisieren. Und dementsprechend müssen wir natürlich als Hersteller nachziehen und das in unserem Sortiment eben auch so anpassen, dass da wirklich mit unseren Gravel-Bikes auch Weltmeisterschaften gefahren werden können. Olympische Sommerspiele stehen an. Da hat man vorher die Möglichkeit und auch nachher dementsprechend sich in den Mittelpunkt zu stellen. Ja genau, also das Olympische Jahr ist für uns immer wichtig, weil natürlich das Medieninteresse auf die Olympischen Disziplinen sehr groß ist. Und jetzt nicht nur spezialisierte Medien über das Mountainbiken sprechen, schreiben, sondern wirklich die Massenmedien das Thema aufgreifen, vor allem die heimischen Stars pushen. Und da sind wir natürlich sehr stolz als Hersteller. Also die Qualifikation ist ja noch nicht vorbei, aber wir hoffen zumindest einmal, dass wir den ein oder anderen Athleten, die ein oder andere Athletin am Start haben. Zwei Athleten aus Österreich, die sehr aussichtsreich im Mountainbikesport unterwegs sind, sind mit KTM unterwegs. Da haben wir Max Voidl, vielfacher österreichischer Staatsmeister, und Mario Bayer, auch schon vielfacher österreichischer Staatsmeister. Mario, fangen wir bei dir an. Ja, in jungen Jahren hast du viele Erfolge feiern können bei den Rennen, in den, oder Richtung Weltkirr kommt. Die Qualität steigt natürlich, man ist unglaublich gefordert. Genau, ich bin jetzt doch schon einige Jahre dabei, aber schon halt in den Nachwuchsklassen. Und ja, jetzt kommt ein großer Schritt, natürlich mit dem Aufstieg in die Elite. Das wird natürlich eine andere Liga. Das ist die Königsklasse, und auf das muss man sich dann einstellen. Und ja, es wird sicher eine große Umstellung, aber ich freue mich drauf und werde alles dazu geben, dass ich da weiterhin erfolgreich bin. Trotzdem, das eine oder andere Mal hast du den Vergleich schon gehabt. Also von dem her kann man sich herantasten. Genau, also wir fahren jetzt schon seit einigen Jahren gegeneinander. Früher habe ich immer zu ihm hinaufgeschaut, jetzt fahre ich gegen ihn. Und ja, wir matchen uns und pushen uns, glaube ich, jetzt schon. Und das wird sicher interessant in den nächsten Jahren. Max, in den letzten Jahren vor Mario Bayer gekommen ist, dass Gregor Rackl, den Charlie Magd und dich in Österreich viele Jahre in diesem Duell auch gegeben. Jetzt kommen Junge nach, glaube ich, sehr, sehr wichtig auch. Denn es sollte ja auch eine Ära nach dem Max Voidl zum Beispiel geben. Ja, eine Ära nach, würde ich jetzt gar nicht sagen. Wir sind ein bisschen auseinander, aber wir fahren jetzt die nächsten Jahre gegeneinander. Ja, aber das schadet sich ja nicht. Also Konkurrenz belebt das Geschäft, würde ich mal sagen. Und ich meine, Gregor Rackl darf man auch nicht vergessen, der ist ja nicht weg. Charlie Magd hat seine Karriere beendet, wie wir wissen. Aber ja, es kommt was nach und das ist aus meiner Sicht immer gut. Und Velka, hast du sehr aufgezeigt, in den vergangenen Jahren sehr starke Ergebnisse. Wie siehst du das Ganze vorne, sagen wir mal die Top 15? Da kann man ja, man kann Fünfzenter werden, aber man kann auch Dritter, Vierter werden zum Beispiel. Ja, wir diskutieren das sehr oft. Also gerade wenn man dann auf dem Level ist, wo man die Top 15 fahren kann, wenn dann alles stimmt, dann ist relativ viel möglich. Also da ist es einfach so knapp, wenn man das Niveau hat, dann ist oft nicht viel zu ganz vorne. Mario, was bedeutet es für dich, in so einem Team jetzt zu fahren, wie auch jetzt hier mit der Max gemeinsam, mit anderen starken Fahrern? Das ist natürlich eine grosse Erleichterung für mich. Also das Umfeld ist gegeben. Wir haben Mechaniker, wir haben Physios mit dabei. Und ja, das ist während einem Weltcup-Wochenende, wenn man sich um viele Sachen nicht mehr kümmern muss und nur mehr um den Job, also die größte Leistung zu bringen, das erleichtert dann schon einiges, wenn man sich auch genau nur mehr auf seinen Style konzentrieren muss. Jetzt gibt es einen wichtigen Termin in diesem Jahr, Olympische Spiele, Sommerspiele. Es gibt aber nur einen Quotenplatz für die Herren. Bei den Damen sind es zwei. In Österreich bei den Herren gibt es einen Platz. Jetzt steht man noch geeint zusammen. Aber im Endeffekt zählt nachher das Ergebnis und noch einer kann gehen. Max? Im Endeffekt zählt das Ergebnis, also die Qualifikation. Ja, wir haben uns das ausgerettet. Wir wissen, dass die Situation so ist. Werner wird traurig sein, der andere wird sich freuen. Ich finde aber, dass es in der Situation dann irgendwie, jetzt nicht leichter ist, aber es ist zumindest der Teamkollege, was ich jetzt gar nicht schlecht finde. Ja, für mich ist es wichtig, dass die ganze Sache sportlich fair abläuft. Und ja, jeder wird hart dafür arbeiten und alles dafür geben. Das ist der Traum eines. Jedes Sportler muss man nicht lange herumreden. Aber der Bessere soll schlussendlich einfach fahren. Und die Sache ist dann erledigt. Wie war die Vorbereitung? Wann geht es richtig los? Die Vorbereitung bis jetzt war richtig gut. Jetzt ist so ein bisschen die finale Phase in den nächsten zwei Wochen. Oder die finale Phase. Es dauert ja nur eine Zeit, bis wir die ersten Workups fahren. Das ist Mitte April. Wir sind Ende Februar, Anfang März in Griechenland. Wir streiten da die ersten Rennen. Das ist so unsere erste Vorbereitung auf das, was dann im April kommt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Geplant, dass wir in Österreich mal ein Rennen im Pferd haben? Ja, Österreich ist auf jeden Fall geplant. Das ist bei uns immer im Kalender. So wie die Rennen wie in Heiming zum Beispiel. Das ist schon immer ein Fixpunkt. Wie gesagt, das ist das erste, das einzige HC-Rennen, das wir in Österreich haben. Also das werden wir auf jeden Fall bestreiten und hoffentlich da gut abliefern, weil es ist meistens international ein sehr starkes Starterfeld. Und das hat dann natürlich schon einen Stellenwert. Ich werde meine Saison richtig in Langenlau starten. Also ein Heimrennen, der Frühjahrsklassiker. Und natürlich mein Heimrennen, ich komme aus dem Ötztal in Heiming, das werde ich natürlich auch wieder mitnehmen. Und der Fokus liegt aber dann, dass man richtig in Form ist, natürlich auf die Weltcups, weil das ja dann die Qualifikation für die Olympischen Spiele ist. Man muss ja irgendwie dann auch qualifizieren. Eben, es kann nur einer gehen. Jetzt haben wir Rakel dann auch noch. Der fahren wird. Wie ist da der Fahrplan? Wann wird da entschieden? Weil wir für den Weltcup sowieso in Form sein, aber wir sind gezwungen, dass es im April wirklich passt. Weil da müssen wir abliefern fürs erste Mal. Und dann, sobald das entschieden ist, im Mai, kann man sich dann auf die Spieler fokussieren. Wobei halt nicht viel Zeit bleibt dazwischen. Deshalb, ja, schwierig zu planen. Jetzt sind wir bei Teil 2 des Teams. Leonie Daubermann, deutsche Meisterin im Mountainbiker unter anderem, und Florian Moser, der Teammanager. Normalerweise Ladies first, aber in diesem Fall beginne ich mit dem Flo. Das Team von euch, wie ist das strukturiert? Wie ist das aufgebaut? In der Heuer bestehen wir aus sechs Fahrern und Fahrerinnen. Davon sind vier Österreicher. Wir haben unter anderem die Eva Herzog dabei. Die ist mittlerweile bei den Juniorinnen die Nummer zwei der Welt. Die Katharina Sattnig in der U23, den Max Voedl und den Mario Bayer. Und natürlich die Leonie. Und den Mathis Gray aus Frankreich haben wir noch dabei. Wie ist das so im Team? Ja, für mich ist es jetzt ja schon das dritte Jahr im Team. Und inzwischen hat sich echt alles richtig gut eingespielt. Und da freue ich mich jetzt drauf. Man kennt die Rennabläufe, man kennt die Betreuer gut, die Fahrer. Passt richtig gut auf jeden Fall. Unter anderem mit der deutschen Meisterin auch. Du bist aber auch schon auf der Langdistanz unterwegs gewesen. Ja, ich habe mal einen Ausflug auf die Marathondistanz gemacht. Da bin ich dann auch direkt deutsche Vizemeisterin geworden. Seitdem kein Marathonrennen mehr in der Art gefahren, aber vielleicht in der Zukunft. Wenn es in den Rennkalender passt, ich bin immer offen für alles. Wie wir jetzt gehört haben, Max Voedl, Mario Bayer und eben als dritter Österreicher vielleicht der Gregor Rackel kämpfen um einen Olympiastartplatz bei den Herren. Bei euch, bei den Damen in Deutschland, gibt es einen Startplatz? Einen Startplatz und zehn Frauen, die auf der Longlist stehen, die sich dafür jetzt nur qualifizieren können. Also das wird auf jeden Fall ein hartes Jahr. Die anderen neun, wie ist da die Konkurrenz oder wie bestehen die Chancen, die Möglichkeiten? Ja, mein Ziel ist es natürlich, mich dafür zu qualifizieren. Genauso eben wie von den anderen neun. Die Chancen sind immer schwer einzuschätzen nach einem Winter. Tatsächlich zählen noch sechs Rennen, die kommen in die Qualifikation rein. Das heißt, es ist noch echt Spielraum für alle, sich da gut zu platzieren. Wo gliedert sich euer Team ein, wenn man das jetzt so hernimmt? Wir sind schon ein professionelles Mountainbike-Team. Das ist uns ganz wichtig, dass wirklich innerhalb der Mannschaft das alles super passt, dass die Betreuung passt, dass die Fahrer zu uns passen. Wir sind auf jeden Fall konkurrenzfähig. Die letzten Jahre, wir haben das immer Schritt für Schritt erweitert, das Ganze. Und jetzt mittlerweile sind wir wirklich ein fester Bestandteil des Mountainbike-Weltcup-Zirkus. Auch die österreichischen Rennen, die sind für uns ganz wichtig. Der heimische Auftakt in Langenlois ist ein Highlight für uns als Team. Wir wollen da gut in die Saison starten. Und auch die anderen Rennen im Weltcup und auch international, was wir fahren, ist für die ganze Marke KTM wichtig, weil es ja doch ein internationaler Großkonzern ist. Olympische Spiele stehen vor der Tür, ist auch alle vier Jahre ein Termin eigentlich, wo man auch sehr ausnützen kann, marketingtechnisch, in der Medialisierung und alles. Das sind schon besondere Highlights dann. Ganz besondere Highlights natürlich. Wir hoffen natürlich, dass wir so viele Fahrer wie möglich zu Olympia bringen nach Paris. Die Entwicklerabteilung hat ein eigenes Fahrrad gebrandet. Also wir hoffen, dass wir das umsetzen können. Und in Paris mit voller Mannes- und Frauenstärke vertreten sein werden. Blicken wir nach Deutschland. Der Stellenwert im Mountainbikesport, wie ist der bei euch? Ich würde sagen, definitiv in den letzten Jahren gestiegen. Das merkt man schon am Interesse auch an den Weltcups, die in Albstadt die letzten Jahre stattgefunden haben. Wir haben vor allem super viele Zuschauer, eine enorm gute Stimmung. Das hat richtig Spaß gemacht, da zu fahren. Und natürlich im deutschen Meistertrikot war das was ganz Besonderes. Schade, dass jetzt für dieses Jahr in Albstadt kein Weltcup mehr drin ist, weil der Kurs mir schon auch sehr getaugt hat. Die Vorbereitung bei dir, wie war es? Wann geht es jetzt dann richtig los? Bisher lief es ganz gut. Wenig Krankheiten, das ist immer richtig wichtig über den Winter. Ich habe auch viel Zeit am Reschensee verbracht, war auf Skitour. Frische Luft, schön in der Höhe trainiert. Und für mich geht es auch demnächst nach Griechenland, die ersten Vorbereitungsrennen. Das ist natürlich erstmal auch zur Einstellung wieder auf das Wettkampfgeschehen und auf jeden Fall ein guter Schritt dann hinsichtlich Brasilien. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus in Österreich? Sehr gut. Also Nachwuchs haben wir bei den Jungen, heuer auch bei den männlichen Jungen, sehr gute Fahrer. Kommen aus den U17-Kategorien, etliche Gute nach, die international sicher auch Europameister geworden sind. Genau, ganz weit vorne fahren werden auch bei den Junioren und bei uns. Wir freuen uns natürlich, dass die EFA auch schon in Griechenland einsteigt beim ersten Weltcup bei den Juniorinnen. Und schauen wir mal, was das bringt. Vielleicht gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass wir die beste Juniorin der Welt haben. Heuer gibt es die Chance auf jeden Fall. Ja, und vielleicht dann bald eine deutsche Olympia-Medaillengewinnerin. Wer weiß? Olympia ist auf jeden Fall erstmal das erste Ziel. Natürlich, gegen eine Medaille sagt man nie was, aber ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Qualifikation. Dann wünschen wir dir alles Gute, vor allem auch dir, nur das Beste für die Saison. Wir sind natürlich noch nicht fertig, denn KTM unterstützt nicht nur die Mountainbäcker, sondern auch die Straßenfahrer. Unter anderem das Team von WSA KTM Graz und auch das reine U23-Team aus Tirol. Und da unterhalten wir uns in Kürze mit Neuzugang. Benjamin Eckerstaffer. Die meisten World Tour Teams haben bereits ihre Grenze so auf der Straße gestartet. Auch das eine oder andere KONTE-Team aus Österreich, das U23-Team aus Tirol mit Benjamin Eckerstaffer als Neuzugang, wenn man so möchte. Ihr startet erst, ich glaube, Ende Februar, Anfang März. Ja, das ist richtig. In Grazien, bei den Rennen in Istrien. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Wir sind vor allem beim Rennen, wo man sich so dran gewöhnen kann. Der erste wichtige Auftritt dann zu Hause in Leonding bei der Cycling League Austria. Ja, in Leonding. Das ist das erste heimische Rennen. Auf das freuen wir uns auch natürlich. Da werden wir alle starten und sind schon sehr motiviert. Hattest du eine Reise jetzt mit dem Team Autoeder, wo du begonnen hast, dann bei Quickstep, ein renommiertes Team. Dort vielleicht jetzt dann nicht so die Ergebnisse, wo man vielleicht gedacht hat oder in der Entwicklung. Aber eben der Sprung jetzt zur Tiroler Mannschaft, das könnte schon ein richtiger Schub für dich sein. Ja, also das war von mir die persönliche Entscheidung, zu Tirol zu gehen. Es hat auch Angebote gegeben von anderen Teams, wie zum Beispiel Lidl Track Development Team und auch Tudor. Aber ich persönlich für mich glaube, es ist das Richtige, bei Tirol zu fahren. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch wieder richtig gute Leistungen bringen kann und dann den Schritt in die World Tour schaffe. Immer wieder schaffen es aus der Tiroler Mannschaft Fahrer eben in die World Tour. Letztes Beispiel aus Österreich, Alexander Hayek, der hat einen Sprung zu Bohrer, Hans Grohe geschafft, ist in diesem Team mit dabei. Auf das blickst du natürlich. Du hast zwei, drei Jahre Zeit, aber eben der Fahrplan muss dann stimmen. Ja, natürlich, ich kenne ihn Alex, ich bin gemeinsam mit ihm bei Auto Eder gefahren. Ich kenne ihn sehr gut. Und natürlich, mein Ziel ist es so schnell wie möglich, in die World Tour zu kommen. Also ich hoffe, dass es vielleicht schon nächstes Jahr funktioniert. Aber natürlich habe ich jetzt noch zwei, drei Jahre Zeit, aber man muss immer die Chancen ergreifen, wenn man es hat. Und natürlich hoffe ich, dass es schon schnell wie möglich geht. Bei der Tiroler Mannschaft kannst du fast schon eine Leaderrolle dann auch beziehen. Ist das für dich auch wichtig gewesen, im Entscheid? Ja, für mich war es, dass ich bei den wichtigen Rennen am Start bin. Das war halt für mich sehr wichtig, wie zum Beispiel den Giro Next-Gen. Dann natürlich auch die Tour of Austria. Und dass ich halt da auch die Freiheiten habe, für mich selber zu fahren, wie das bei Quick Zap nicht war. Da hat es sehr andere Fahrer auch gegeben, die jetzt zum Beispiel in der World Tour fahren. Da hat man halt dann als Helfer fungieren müssen. Und dann ist es halt schwierig, für sich selber ein Ergebnis zu erzielen. Und das erwarte ich mir als Part Tirol, dass ich da eigentlich für mich selber und die Freiheiten habe, für mich selber auf ein Ergebnis zu fahren. Alleine kannst du keine Rennen gewinnen. Du kennst natürlich die Kollegen, die dort auch fahren. Wie schätzt du das Team ein? Ja, ich schätze eigentlich relativ gut ein. Also mit dem Marco Schrettl, mit dem ich auch bei AutoEda gefahren bin, kenne ich schon relativ sehr gut. Und da hat das auch sehr gut funktioniert. Dann auch mit dem Team im Prinzletter, der was dazukommen ist, der was auch sehr stark ist. Und natürlich kennen ja auch die anderen Fahrer. Ja, wir müssen uns gegenseitig supporten und dann kommen sicher sehr gute Ergebnisse raus. Und natürlich auch, man pusht sich gegenseitig. Es ist immer ein Konkurrenzkampf, es ist immer gut fürs Team. Und ich sehe das eigentlich relativ gut für die nächste Saison. Ja, dann wünsche mir da alles Gute für den Saisonauftakt. Dann bei den ersten Rennen, die stattfinden werden. Wir sind nicht ganz am Ende der Sendung, würde ich sagen. Blicken wir mal jetzt zu den Veranstaltungen, die bei uns in Kürze anstehen. Und die es bei uns wie immer am besten live gibt. Wir sind nicht ganz am Ende der Sendung, die bei uns in Kürze anstehen. Wir sind nicht ganz am Ende. Zum Ende der Sendung einmal zurück zu Matthias Grigg, zuständig für das Marketing bei der KTM Fahrrad GmbH. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Marken reden, würde ich schon sagen. Also über die verschiedenen Spitzensport haben wir jetzt zum einen gesehen. Aber vor allem sind es die vielen Hobby-Sportlerinnen und Sportler, alle, die möchten jetzt Rad fahren. Bei euch gibt es alles. Ja, also wir haben ein volles Sortiment. Wir haben auch genug auf Lager. Also es ist nicht mehr so wie vor zwei, drei Jahren, dass man ewig lang auf einem Fahrrad warten muss. Wir haben alles auf Lager. Wir produzieren qualitativ hochwertige Fahrräder für alle Zielgruppen und nicht nur hochpreisig, auch einstiegspreisig. Und wir schauen, dass wir wirklich da alles selber entwickeln und wirklich beste Qualität anbieten. Dementsprechend gebe ich euch nur mit oder gebe ich jedem und jeder mit. Nutzt das schöne Wetter im Frühjahr. Geht es Radl fahren, geht es in die Natur. Und am besten informiert es euch bei eurem KTM-Fachhändler. Das sind Spezialisten, die kennen sich alle sehr gut aus, was das passende Bike ist. Danke, dass wir hier sein durften. Wir kommen gerne wieder. Dankeschön. Wenn es uns die Zeit erlaubt, denn es ist Saison jetzt. Bei Österreich dreht am Rad in der kommenden Ausgabe. Da blicken wir unter anderem zum Team Rinkhof Advariks. Da hat man die neue Mannschaft ebenso vorgestellt wie natürlich das Unter-23-Team von Tirol. All das und noch viel mehr beim nächsten Mal. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.